So sieht es aus, wenn Jebote Tata in einem 5-Sterne-Restaurant mitten in London etwas bestellen möchte. Yo Bratkos, yo Habibos, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Lasst uns mal versuchen, wieder richtig, richtig, richtig Welle zu machen. Schaffen wir die 777 Likes. Solltet doch easy drin sein. Ich küsse eure Herzen. Checkt meinen zweiten Kanal ab. Checkt den Jebote Gaming Kanal ab. Ich bin dort heute live um 18 Uhr. Also viel Spaß mit dem Video. Gib ihn! Jebo, 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 Jebote. Jebo, 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 Te. Oh hoš... Oh je, F**k. Helloư, Sir. Oh hoš, Jebo, Jebo. Miros das nichts festin. Jeboja, mamma, du jebe. Willis noch eine Wasser, bitte. What? In English, plies? In English? In English, au? Yes, Sir. Jebo, jeomme ganz 71. In englisch. What? Bringst du mir eine kalte Wodak. I don't understand. Stach! Handstand! Willst du Handstand machen, oder was? Huh? Oh, jo! Immer auf die Eben! Gib mir eine... ...Aqua... ...Please! What? Sorry? Eine... ...Sus! Oh, je! Oh, je? Na und! Hey? Wodak! 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 Oh, je? Nichts verstehen! Kannst du Französisch? Oh... Oha! 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 Apa! Nero! Mero! Ero! Zero! Ero! Ero! Wodak! Wodak! What? Aqua! Aqua! Aquaknare! On... Pokémon! Znaš? Eh? Nix! I don't speak your language! Rano? Oha! 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 Sorry! I don't understand you! Oha! I don't speak your language! Jede! What? What? Oha! 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 I don't understand you! Oha! 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 ist eine equality! Geebe! Will ich keine Patel, Aclavoda, Kuras, Kuras, Kuras! Bringts mir bitte! Nein! Cola! Oh! Ah Cola! Is, yes! Cola! Oh! Kohle haben wir leider nicht mehr! Möchten sie im Wasser? Ahkрей! Haaaa! Wo Stell dir das Wasser jetzt? Sir! In Englisch please! Oha! Ein晚上, eine ursein warte mit der Rache! I don't wanna understand you! Ich will nicht wissen, dass ich so ein Vokalobiliar in meinem Kopf habe. Wahrscheinlich Vokalobiliar, oder? Wie heißt das? Vokabular? Ah, Vokabular. Wieder was gelernt. Vokabular? Vocabulary Heft. Das habe ich noch. Hast du ein Vocabulary Heft dabei? Das hat auch noch mal die englischen Lehrerin gesagt. Kann ich auf Klo? In English please. Can I go to the toilet and can I kick on the fracking, Alter? Dann durfte ich auch gehen. Die Auteks sind besser als das Video. So, was muss ich jetzt sagen? Party! Nein! Gut. EEP